hallo und herzlich willkommen zurück in v3 wo wir jetzt dieses schöne lager überfallen werden wie angekündigt oder machen wir uns jedenfalls nicht auf die nerven noch mal durch linden doch da mein klima auch nicht ja genau mache ich auch immer so ja ja für dich jetzt kommt oh mein gott scheiße und riecht mich doch und bleibt mir weg also ok 3 2 1 los granate granate los geht's auch mein gott alter das ist ja richtig hier spektakel richtig krass bleib liegen du verhandler mist käfer oh mein gott jetzt kommt ja auch schon vor wasser nein 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 ich mich nicht weiß ich habe keine munition mehr gibt es auch gar nicht lalalalala oh mein gott ok nachladen kurz da halt das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja hoheu ja alt heißt es brennt ja richtig was ja alter guckt euch das an leute ist das krass ich bin ich hier einmal beim ohne munition 321 und erst mal ein verband das war ja gar nicht mal so schlecht gerade habt dann gucken wo hier war ich so noch was mit vielleicht ein gar nicht habe ich auch keine geteckt ist da war was ja und wir haben den stützpunkt erobert mehr schlecht als recht habe ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt wollte eigentlich einschleichen hatte nicht genügend munition für meine sniper und naja hat ja auch jetzt so geklappt mit zwar nicht so ganz viele xp punkte bekommen aber okay hauptsache wir haben es hier geschafft und bisschen mehr frieden ins land gebracht ja klar mache ich doch immer so und hier drin werden wir erst mal wieder shoppen gehen ob wir sind immer sehr gut sogar und schnell verkauf es war kostenlos aber auch nicht so gut wie die also ist mir das eu also egal jo in ordnung sag egal genau ach egal wir holen uns jetzt einfach mal das würde das gar nicht haben alle hatte teuer und da noch was und das geld lassen speziell ist war dieser booh relativ zeilwerkzeug also das weistbrenner mit dem man alle und land- und wasserfahrzeuge reparieren kann das ist natürlich cool daran dass ok und wenn es mal die dafür aber hier noch fünf munitions und feile meine ich aber die ist relativ jedenfalls schön leise ja in ordnung das war doch mal eine schöne gelungen erfolgreiche folge nein eigentlich nicht da wollte und wir sind gerade hier also in der nächsten folge werden wir dazu dr unhart endlich mal gehen was wir schon vor lange lange folgen machen hätten machen sollen und ja und dann müssen wir lang und wir sehen uns dann in der nächsten folge wenn es wieder heißt let's play v3 ich freue mich auf euch schreibt in die kommentare was euch gefällt was euch nicht gefällt und die stadt erstmal und dann sehen wir uns schon bald wieder ciao 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 ciao